herzlich willkommen zu einer neuen folge der amma news die kurzversion mitte september diesmal gibt es nur einen kurzen überblick wir wollen es gar nicht zu sehr in die länge ziehen aber bevor wir starten natürlich die bitte kanal abonnieren glocke klicken dann bleibt ihr immer auf dem neuesten stand und natürlich die mlis browser extension benutzen aber lasst es uns losgehen ja ab ins outlet amazon vereinfacht die outlet genehmigung das kann richtig richtig interessant sein weil es natürlich ein abverkaufsmittel ist was euch helfen kann im rahmen der lagerbestandseinschränkung ja und dann habt ihr mal ein auge drauf ihr seht schon links gibt auch zwei videos zu da findet ihr direkt wo ihr das einstellen könnt und dann bietet sich doch an da wirklich mal rein zu gehen wichtig hierbei finde ich den ansatz angebote die den asen bild qualitäts standards entsprechen können bei diesen events besonders hervorgehoben werden also hier kommt bisschen mehr druck rein amazon will natürlich auch die leger leer haben und dann schnappt euch die outlet angebote guckt es euch an dann gibt es eine kleine neuerung da muss jeder für sich gucken wichtig hier es werden die bereiche material composition und fabric type 1 durch fabric type 1 ersetzt und es gibt auch eine validierungsprüfung ja die stoffart früher material zusammensetzung ist ein wichtiges attribut für suchen verfeinerung also filter aber auch bei produktbewertung und dann guckt da bitte drauf das wird schlicht ein pflichtfeld ok also damit auseinandersetzen und womit unbedingt auseinandersetzen solltet das q4 ist da blitzangebote sieben tage angebote ich war überrascht wie einfach mir da einige reingekommen sind einfach draufklicken draufklicken 140 stückzahl anwählen oder halt 70 euro bei den blitzangeboten ging sofort und da geht man natürlich rein denkt auch dran dieses jahr soll es wohl eine shopping vornahme geben heißt schlicht dass viele leute einfach aus angst vor verfügbarkeiten durch die logistischen probleme geben falls er shoppen und dann macht es vielleicht sinn wirklich auch die ersten drei november wochen mitzunehmen sicherheit des kunden dass das produkt ankommt guten preis gefunden und beruhigt ins weihnachten reingehen dieses jahr wird sich einiges verändern habt das im kopf ja und dann immer augen auf die bilder sind in der serp bei mir jetzt in allen kategorien und überall da serp search engine result page suchergebnisseite ihr seht dass man klickt auf diese kleinen drei punkte und dann kommt das direkt rein die videos sind wieder aus der serp raus und auch hier in der voransicht seht ihr dass dann kein video mit da ist aber das ist natürlich jetzt noch mal ein riesen schritt das einzige was wir bisher nicht wissen ist zählt das als traffic zählt das als klick weil es funktioniert auch bei werbung uns natürlich super stark wenn du dir schon in der voransicht alles angucken kannst denk daran mobil wirksame bilder heißt lesbare bilder und dass der kunde versteht was sache ist okay ja übertreibt doch nicht immer her von experten empfohlen pink und klitzert unsere empfehlung unsere empfehlung unsere empfehlung plus 24 stunden versand der schiere wahnsinn ja natürlich jetzt ging das ja lange zeit dann ging es plötzlich nicht mehr da musste man anders arbeiten ja man musste wieder rausfinden welcher satz für welchen bereich zuständig war und man musste die gekauften artikel in die richtigen zusammensetzung packen hier musste man den katalog hinterlegen mit mindestens einem produkt war alles ein bisschen anders zu setzen und man brauchte ein gruppen einlöse code dann hat man es wieder gehabt und das hat spaß gemacht geschenk 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 ja ich habe da einfach mal rumgespielt in tausenden arten und musste dann aber feststellen warte mal ich kriegs für varianten einfach nicht hin obwohl ich genau weiß dass es für varianten geht hier seht ihr mal so ein beispiel mit varianten und auch bei anderen bereichen der lieben unseren empfehlungen es ist da aber ich habe es nicht mehr hingekriegt ich kann es euch nicht sagen und dann habe ich über eine woche gesucht und habe es endlich gefunden es ist weg es ist gar nicht mehr möglich diesen anzeigentext zu hinterlegen amazon hat es einfach rausgekickt jetzt sagt ihr aber ich finde doch noch ganz viel ja das waren die cleveren die auf mich gehört haben und die direkt gesagt haben warte mal wir stellen das mal auf die maximale möglichkeit haben und deswegen sind die noch da ihr seht hier ein paar ja die haben es einfach auf maximum gesetzt ich ärgere mich weil ich beim so viel testen dann immer an und ausgeschaltet habe und wenn man jetzt alte kampagnen anschaltet die das hatten dann funktioniert zeit nicht mehr rechts seht ihr wie es in meisten teilen jetzt oft aussieht werbeaktionen verfügbar und das war's ja habt ihr alle davon mal ganz ehrlich ist so werden andere lösung findet sagt bitte bescheid aber ich habe keine gut dann option für automatisierte aufbereitung liquidation ja hochspannend hier muss jeder noch mal seine eigenen einstellungen prüfen denn es gibt eine neue option aufbereitung berechtigte produkte in neuem zustand die von kunden zurückgesendet werden und eine geringfügige aufbereitung erfordern werden kostenlos in den zustand verkaufbar zurückversetzt wenn man hier drunter genau guckt kann es sein dass in einigen bereichen automatisiert auf angestellt ist ja ihr müsst nur genau gucken die aufbereitung einstellungen sind je nach kategorie unterschiedlich hab da ein auge drauf wundert euch nicht ich sag mal gerade warehouse die zeigen auf was amazon schnell mal als noch verkaufbar einstuft und dann sollte das bestenfalls nicht so einfach passieren habt ein auge drauf ja versand durch amazon aufbereitungsservice hier gibt es noch mal so ein paar hinweise ja zurückgesendete einheiten können verkaufbaren zustand versetzt werden und sie werden dann als neue verkauft verpackt und verkauft und hier ist nur wichtig wenn ein kunde beispielsweise ein produkt zurücksendet bei dem die verpackung beschädigt wurde oder dem man ansieht dass es anprobiert wurde dieses produkt sich aber ansonsten in einem neuen zustand befindet wird bei der versandart versand durch amazon dieses produkt geprüft neu verpackt gereinigt oder neu aufbereitet folienbeutel luftpolster karton verpacken polieren ja das muss man einfach mal gucken wie gesagt der hinweis nicht überall verfügbar es können eventuell nicht alle aufbereitungsmaßnahmen in allen fahrer sandzentren durchgeführt werden auch wichtiger punkt das heißt je nachdem wo deine ware landet wird sie mal aufbereitet oder eben nicht ja hier muss man einfach selber aktiv sein ja dann produktberechtigung hier nur noch mal der hinweis vor eingestellt ist es nämlich aktiviert sie müssen diese automatische anmeldung deaktivieren also augen auf ja und zu guter letzt kommen wir zum ende ganz ganz spannender bereich endlich ihr wisst die videos über zielgruppen die ich gemacht habe eine katastrophe man hat sich überhaupt nichts recht gefunden danke amazon das haben sie richtig schön gegliedert jetzt macht es spaß du klickst in den bereich da geht ein übergeordneter bereich aus nur die sachen die zueinander gehören werden angezeigt das ist richtig gelungen ja du findest alles sortiert nach logiken nach zusammenhängen und das macht endlich spaß wir werden jetzt hier auch noch mal eine kleine kurz video session machen für unterschiedlichste bereiche damit ihr mal seht was für möglichkeiten ihr habt das ist einfach ein ganz ganz wichtiges thema und macht einfach spaß zu nutzen ja und neben diesen ganz normalen zielgruppen gibt es ja auch produktausrichtung und hier mein kleiner heck des tages jetzt schon auf ganz vielen workshops und auch konferenzen vorgestellt wie werde ich organisch platz zwei ohne viel aufwand wir sind unter glitzer liqueur aktuell ganz oben dabei ja produktausrichtungs ads die ziehen ein richtig hoch wir haben dazu videos ich zeige euch das jetzt schon das dritte mal in folge in den amma news also wer jetzt noch nicht verstanden hat wofür das richtig power bringen kann der sollte einfach loslegen und sich selber die eigenen ergebnisse angucken ja und wie versprochen das war eine ganz kurze folge mitte september ich wünsche euch einen schönen monat und wer noch dabei ist natürlich kanal abonnieren glocke klicken dann werdet ihr direkt informiert wenn es wieder neue videos von uns gibt und natürlich die mlis browser extension benutzen ich wünsche euch eine schöne woche